Hallo liebe Freunde und Freundinnen. Ja, stell dir mal vor, mein Herrscher hatte gestern zu meinem, zu unseres Nachbarn gesagt, er hätte auch schon wieder so ein Gerät, das ihm sagt, wenn er sich zu wenig bewegt. Ja, hat der Nachbar gesagt, oh, was für Uhr hast du da dann? So kauf, eine von Swatch oder so? Nee, hat er gesagt, mein Gerät, das hat vier Pfote und wenn ich nicht schnell genug mache und nicht weit genug gehe, und dann verbellt der mich, oder? Er kackt einfach bei mir auf den Teppich. So, und dann weiß ich, dass ich zu wenig gang bin. Haha, ich habe lange gebraucht, bis ich kapabiert habe, dass der mich mit Gerät. Also sowas, jetzt weiß ich nicht, ist das gut oder schlecht, was der da jetzt gesagt hat. Also muss ich mir noch überlegen, wenn ich es rausgefindet habe, dann sage ich euch Bescheid. Aber ich finde das schon witzig, ne? Der bringt mich schon wirklich auf Idee. Haha, der bringt mich auf Idee. Also ich werde es ihm irgendwann heimzahlen. Also Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, tschüss, euer Mokli mit die weiße Pfote.